Solsnap.tv Solsnap.tv, ich grüße euch hier bei mir im Laden. Ja, wo kommt es her? Also ich war einer der Ersten, kann stolz sagen, der das hatte. Wurde durch Facebook darauf aufmerksam, wo es einen Riesenhype ausgelöst hat, was du auch gesagt hast. Das ist die Hameln Brauhaus AG, die kommt aus Tündern. Gebraucht wird das ganze Bier in Süddeutschland, kommt dann hierher, ist aber eine Rezeptur aus Tündern. Gibt zwei verschiedene Sorten und es kommt einfach mega gut an. Die Hamelner sind da mal wieder patriotisch hoch 5 und sagen, das wollen wir. Kann ich mir davon vielleicht mal selbst einen Überblick verschaffen? Wie schmeckt das? Kannst du mal aufmachen? Ben, Flasche? Ich trinke es außer Flasche, weil es ist ja ein Flaschenbier. Schmeckt eigentlich ganz, ganz aromatisch. Also es ist gar nicht so ein... Überhaupt einfach nur gut. Also verkauft sie das auch ganz einigermaßen hier? Ja, definitiv. Also wie ich eben schon sagte, man merkt den Patriotismus. Es ist ein sehr leckeres Pilz. Gibt dann noch das Kellerbier und es ist einfach... Es geht gut, es schmeckt gut. Ich trinke es selber sehr, sehr gern. Wahnsinn. Vom Alkoholischen spüre ich jetzt auch gar nicht so viel. Also man könnte es auch trinken ohne... Ohne überhaupt, ne? Naja, ohne überhaupt. Wir sprechen immer noch von Alkohol. Das ist gar nicht die Frage. Es ist ein Bier. Aber es ist richtig, dass es nicht so herbst ist wie andere. Das ist schon hundertprozentig. Mach mal eins auf. Schuss mal an. Komm. Gerne. Gehen wir auch hier mal ein bisschen ran in die Sache. Nur mal so eins. Ein einziges, ne? Prost. Auf geht's. Ich hoffe, ich halte den Betrieb nicht auf. Aber ich kann kaum davon lassen. Also es schmeckt ja nun wirklich herrlich. Warte mal. Ich glaube... Hier, Tobias, komm mal her. Komm mal her, Tobias. Was sagst du denn dazu? Probier mal. Ist das... Geh mal her. Hier. Ich glaube, Tobias ist nämlich auch so ein Fanatischer. Den tut das bestimmt ganz gut. Ja, mit Sicherheit. Das tut jedem gut. Das ist... Könnte man als Ennard wie dringend das Weser-Berknads bezeichnen. Wir wollen ja ein vernünftiges Getränk. Und ich glaube, ihr kennt den Laden schon ein bisschen länger. Also SoTapTV, wir geben hier keinen Schund draus. Nein, ganz sicher. Ganz sicher keinen Schund. So Martin, soll ja nichts Negatives sein. Aber hier ist ja gerade ein bisschen Leerstand. Können wir nicht eine Pause mit den Mitarbeitern gemeinsam machen? Hören wir auch mal anstoßen ordentlich? Ja, na klar. Machen wir doch. Kira, hier aus der Praktikantin. Kommt ihr mal vorbei hier? Ja, ihr auch. Alle mal ran. Nur einmal anstoßen. Einmal gemeinschaftlich hier. Komm, nimm du auch eins. So. Zu dir komme ich gleich nochmal. Ja, das ist das SolsnapTV. Ja, das machen wir doch auch los. Das können wir alle einmachen, oder? Das können wir doch noch nicht. Ja, das machen wir actually. Musikier. Untertitelung des ZDF, 2020